Hallo Leute, ich bin's der Desi. Da ich mich ja beim letzten Video vergessen habe vorzustellen, möchte ich das dann in diesem Video nochmal nachholen. Ich bin der Desman oder Desi genannt, ich bin ein Streamer auf Twitch und wir streamen meistens in der Kategorie Anno 1800 und haben jetzt ein neues Projekt angefangen und das Projekt bedeutet, dass wir einen komplett neuen Spielstand gestartet haben und der neue Spielstand soll ein Vollversorgungsspielstand mit möglichst vielen Einwohnern werden und dazu gehört natürlich unter anderem auch die neue Region in Besa und da gibt es eine kleine knifflige Aufgabe und die Aufgabe, wie die zu bearbeiten ist, das besprechen wir jetzt. Und da sind wir schon wieder, also in der in Besa Region gibt es eine Aufgabe, die wir zu erledigen haben und zwar für den Sir Archibald Blake und zwar bekommen wir dort ein Buch und zwar kartografisches Skizzenbuch und mit diesem Buch haben wir die Möglichkeit oder die Aufgabe ist eigentlich, dass wir die Skizzen, die wir hier drin haben und zwar sind das vier Stück, dass wir diese Skizzen kartografieren sollen und zwar sind die verteilt auf der in Besa Region und wo sich diese Orte befinden, damit ihr das leichter habt, wollen wir einmal kurz in dem kleinen Video hier festhalten. Und zwar die Aufgabe bedeutet Reise ins Grenzland, Kartierung von in Besa. Das heißt, ihr habt ein Schiff mit der Karte drauf und dort starten wir jetzt mit der ersten Skizze, die wir finden sollen und zwar ist das so ein ja, Rundbogen, Torbogen, sag ich jetzt mal. So, wir nehmen unser Schiff, stellen auf dreifache Schwindigkeit in meinem Fall und suchen normalerweise, wo ist das das kleine Eckchen versteckt und zwar hier oben ist das bei mir drin. Unter dem kleinen N habt ihr die Möglichkeit, dort einmal zu suchen und dort ist bei mir dieser Torbogen. Es kann sein, dass gerade dieser Torbogen bei manchen Karten unterschiedlich gesetzt worden ist. Es kann auch sein, dass er schon meistens hier unten ist. Es kann sogar sein, dass er rechts in der Ecke ist. Also ich habe bis jetzt nur festgestellt, dass er bei mir oben unter dem Endzeichen, also unter dem Nordenzeichen dementsprechend ist. Also da könnt ihr diese Kategorierung gleich vornehmen. Das heißt, ihr fahrt ihr im Schiff dahin, dann sollte sich normalerweise der Archie melden und der sagt dann, ja, ihr könnt jetzt diese Aufgabe hier beenden, weil ihr das, den Torbogen oder die Skizze halt dementsprechend entdeckt habt. So, hier ist er schon, da wird ihr hier rechts schon, da meldet er sich. Das ist dann dementsprechend die erste Skizze, die ihr dann dementsprechend gefunden habt. Die zweite Skizze wäre unter anderem das Skelett. Da kommen wir aber gleich zu. Und zwar machen wir nämlich erst eher diesen Felsen und zwar diesen Löwenherzfelsen oder König der Löwenfelsen, wie ich den dann auch nenne. Und zwar, weil der ist nämlich super einfach. Da könnt ihr einfach weiter hier rüberfahren, weil der ist nämlich hier auf der Insel direkt hier neben. Und zwar gibt es hier einen Berg, der sieht nämlich genauso aus. Das ist dieser hier. Sieht aus wie der Berg aus dem Trickfilm König der Löwen. Und dort könnt ihr mit dem Schiff einfach hinfahren. Dann sollte normalerweise auch hier oben dann die Quest triggern, dass ihr dort dementsprechend das annehmen könnt. Und dann geht es nämlich auch schon weiter. Also wir sind relativ nah normalerweise beieinander. Es kann auch sein, dass die, wie gesagt, der Torbogen, dass der erst hier oben ist und ihr dann einfach dann oder hier oben ist und dass ihr dann wieder zurückfahren müsst. Aber auf der Insel hier oben unter dem End ist auf jeden Fall der zweite oder in dem Fall der dritte Punkt, wo ihr die Skizze halt findet. Der zweite Punkt, das ist hier das Skelett, was ihr finden müsst. Das heißt, wir nehmen wieder unser Schiff. Das ist in dem Fall schon markiert. Ich habe immer noch auf dreifache Geschwindigkeit, weil es dann deutlich schneller geht. Und dann fahren wir zu der Insel hier unten. Und hier gibt es auch ein Fleckchen. Und zwar dieses hier. Und hier sieht man nämlich schon, das Schiff ist unterwegs. Ja, das Schiff ist unterwegs. Hier gibt es auch ein Fleckchen, weil hier liegen nämlich die ganzen Skelette rum. Und dort ist dann dementsprechend die zweite Skizze hinterlegt. Also das ist die Insel hier unten. Ich habe die Inseln auch alle nochmal gescreenshottet und mit Fallen versehen, damit ihr ja sehen könnt, die werde ich dann halt dementsprechend dann auch zusätzlich einblenden. Und wenn das Schiff gleich dort ist, dann sollte auch hier die zweite Quest triggern. Also wenn sie gleich kommt, wenn das Schiff dann irgendwann mal relativ schnell da ist. Da fährt er nämlich schon. Das ist dann hier. So, dann sollte das Schiff, wenn das angekommen ist, sollte wie gesagt hier, da ist es schon. Der Friedhof, da ist er dann dementsprechend, da sollte ihr dann dem Schiff die Quest triggern. Dann könnt ihr es annehmen. Das ist dann dementsprechend der zweite Punkt. Also wir haben den Torbogen haben wir jetzt schon. Wir haben das Skelett schon gefunden. Dann haben wir den Felsen schon, den Löwenherz oder den König der Löwenfelsen. Den haben wir auch schon gefunden. Und als letztes ist eigentlich noch der Wasserfall. Also da bei den Skizzen tun sich hat viele Leute schwer. Und der Wasserfall befindet sich hier. Auch relativ einfach. Das ist die Insel eigentlich direkt über den Archibald. Dort befindet sich der Wasserfall, wie hier skizziert ist. Und zwar sieht das dann so aus. Dort ist dann der Wasserfall mit den beiden Wasserfällen hier abgebildet. Und dort könnt ihr dem Schiff dann hinschicken. Oder das Schiff halt hinschicken. Und dann habt ihr eigentlich alle vier Karten oder Skizzen gefunden. Und damit sollte die Aufgabe da ist es schon dementsprechend beendet sein. Könnt ihr die Aufgaben alle annehmen. Und damit ist diese Aufgabe dann auch schon beendet. Also erste Skizze ist hier oben der Torbogen. Die zweite Skizze die findet ihr unter anderem hier auf dem Friedhof. Die findet sich hier unten an der Seite. Die dritte Skizze könnt ihr normalerweise hier oben direkt mitnehmen. Und zwar ist wie gesagt der Löwenherzfelsen. Der ist hier oben. Und die vierte Skizze ist hier unten an dem kleinen Eck. Könnt ihr wie gesagt mit dem Schiff hinfahren. Und dann triggert die Quest. Und somit habt ihr eigentlich die Reise ins Grenzenland, Kategorie von Ebesa, dementsprechend auch abgeschlossen. Und mehr ist das Ganze nicht. Und damit wäre dieses Video dementsprechend auch schon zu Ende. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen hoch. Da, wenn ihr wieder wie immer Kritik oder sonstiges habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Oder schreibt mich über Discord auch direkt an, wenn ihr möchtet. Ansonsten sehen wir uns sehr gerne bald wieder auf Twitch. In dem Sinne einen schönen Abend. Ich danke euch. Bis bald. Tschüss.